So, da sind wir wieder Jawoll, ja Hallöchen Holla Ja, wir bauen heute hier erstmal ein bisschen aus Sieht da richtig scheiße aus hier Jo Also, ausbauen Lass mal sagen, die Craftingbox hier irgendwo hin, oder? Ja, kannst du machen Steht mitten im Raum Kannst dich auch hier rein stellen irgendwo Geht das nicht hier so rein? Ja, sieh ja Ja Ah, ne Schaufel wär mal Ne Schaufel wär mal ganz toll Ja, ich hab aber keine äh Stickys Keine Bretter mehr Ich, warte mal, ich kann dir auch ne Schaufel machen Ja, mach mal Und ne Spitzhacke Spitzhacke, ähm Ja, reicht grade eben noch so Ähm, wo bist du? Ah, wo bist du denn? Ah, da Ja, geh mal weg Hier Zack und Zack Brauchst du noch irgendwas? Ein Schwert oder so? Ah, ne, ich hab keinen Stein mehr Ja, ne Schau mal, das hier Schaut mal, das hier Schaut echt kacke aus Aber ist das sowieso was von größern hier? Sieht aus wie Hempelst am Sofa Ist doch was Und weil meine Geräuschkulisse echt runterfahren, ey Hast du noch Fackeln? Ja, ich Nö Ich hab Fackeln Oh Eingebratenes Hähnchen Hab ich auch Zombie-Alarm hier vor der Tür Ehrlich? Ah, ein Zombie steht vor der Tür Der braucht die Tür ein Los Meister Slotty Ruhe I Gammelfleisch Ey, das ist Silber Silber? Ja Hat der Zombie getroppt? Nee Hier vor der Tür Hä? Da Ah, jo Willst du's abbauen? Nö Ok Na doch, warte Ja komm, wir machen beide Ah, ja unten ist noch mehr Löl Da ist noch mehr Wo? Ah, jo, da unten Oh, noch mehr So, jetzt aber nicht mehr Los, los Hoch Bevor uns die dunkle Kreatur Fram Ja, sofort Was geil Ähm Ich wär voll dafür, dass wir jetzt auch noch ein bisschen hier so den Boden Verbreitern Ja Zumindest wie das mit dem Wasser Ja, wir müssen das mal hier ein bisschen ausbessern Sieht ja aus wie Hempel uns am Sofa Ja, vor allem das auch alles so ein bisschen Ähm, strukturierter machen Sodass das so Okay Nach was aussieht Wollen wir hier oben unser Bett hinpflastern? Können wir machen Dann machen wir's aber aus Holz Ja Ein Hochbett Ja, Mann Aber wir müssen sowieso jetzt mal gleich Holz äh Äh, sammeln weil ähm Wir müssen auch mal Erst noch mal Kisten bauen Ja, wir müssen erstmal die Nacht überleben Bevor wir so überraschenden Besuch der Zombies bekommen Soweit ich weiß ist die Nacht, äh, warte Ja, die Sonne geht auf Ja 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 Dann lass ich's mal hier fertig machen Gib gerade auf Sieht ja schon mal ein bisschen besser aus hier Ein bisschen ist gut Ja Ja Auf jeden Fall größer Ja, warte mal Yay iPhone Ey, warum ist denn hier Pflaster, Stein anders als das Was ist denn das hier für ein Stein? Das ist doch ein normaler Stein oder nicht? Das ist, äh Warum sieht der denn jetzt nicht anders aus? Das ist Pflaster, Stein Ja und der, und der daneben? Das ist normaler Stein, das ist, äh, Stone Ja, warum hab ich das nicht, hab das ja grad abgebaut Ja, das wird aber zu, äh, Pflaster, Stein Ist ja langweilig Komm, die Nacht ist mal vorbei Können wir mal kurz Holz haben Hast du ne Axt? Hm, ja Rot Rot Ja, ein Creeper Nein 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 Egal Egal Noo, so, 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 so So, 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 so ... Sit tuk、 tuk, 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 tukred ah ein Monster was für ein monster aber immer auch ein monster naja wir können die setzlinge auch mitnehmen dann können wir gleich da vor unserem haus da so ein bisschen anpflanzen oder hier oben oder wir haben eigentlich genug fläche davor ne dann können wir eigentlich auch da so eine baumplantage hin machen wir müssen auch weizen gleich mal holen wir haben ja ein dorf da unser brot machen wie viel als hast du 27 wie viel als du einmal 8 und 17 wenn ich gerade verguckt habe so ich gehe mal wieder in die höhle rein oh ich habe einen apfel gefunden ich habe auch einen die setzlinge mit in der hülle bist du ja ja ich bin bei uns wieder dann lass uns auch gleich mal hier irgendwie so einen nagerraum bauen ja und wir nehmen einander pen oder nicht warte mal ich versuche mal was anderes zu bauen und das gleiche jetzt bei mir hier in der ecke oder was ich mach mal eben hier eisen fällig ich hoffe mal haben wir das unser schlafbereich dann hau mal betten da hin hast du wolle mehr oder zwei dann gib mal noch was anderes hab ich schon